Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich will euch heute, nachdem wir Multiplayer natürlich schon vorgestellt haben und Warzone vorgestellt haben, noch den nächsten mehr als interessanten Modus vorstellen, den viele von euch aus der Vergangenheit kennen, den sie heute vielleicht gar nicht mehr kennen, weil es schon ein bisschen her ist. Rebirth Island bzw. Wiederauferstehung Resurgence. Ich schwöre es euch Leute, ich habe so viele berechtigte Zweifel gehabt, dass dieses Game, was wir jetzt dieses Jahr haben, wirklich nur ein DLC ist und das ist es am Ende auch. Trotzdem macht es Spaß und ich will euch ganz ehrlich mit auf die Reise nehmen. Resurgence ist der absolute Shit. Und zwar positiv, komplett positiv. Ich glaube, ich hatte in einem Battle Royale-ähnlichen Modus, also Resurgence, Wiederauferstehung, selten so viel Spaß wie jetzt aktuell. Das letzte Mal, als ich wirklich so viel Fun hatte mit einem COD-Modus, war zu 100% Rebirth Island Time. Als wir Peak Movement hatten, Rebirth Island Karte war genial, dann kam später Fortunes Keep dazu. Was übrigens genauso wie Rebirth Island als richtige Karte dieses Jahr zurückkommt. Bis April soll Fortunes Keep kommen und dann Mitte bis drittes Quartal des Jahres, Rebirth Island sogar. Und mit dem Movement von MB2 habe ich damals gedacht, würde ich mich lieber selber erhängen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir das ja als Integration für MB3 bekommen. Was bedeutet, genauso wie Verdansk Ende des Jahres, das wird dann diese Einleitung zum neuen Black Ops, Treyarch, COD, wie auch immer es heißen wird. Auch das kommt wieder. Und jetzt aktuell haben wir eben Ashika Island, Wondell als Wiederauferstehung und eben, das ist eine Playlist aktuell und ich hoffe, dass die bleibt, immer ein kleiner Teil von Ur-Gistan, Zurgistan, U-Gistan. Ihr wisst schon, die Worsum-Karte. Und auf der spielt ihr halt Wiederauferstehung. Das heißt, ihr könnt alleine zu zweit, zu dritt, zu viert. Wenn einer von euren Teammates stirbt, geht ein Timer los sozusagen, bis wann er wieder zurückkommen kann. So lange müssen die anderen im Team halt überleben. Und wenn ihr jemanden daunt, killt, Kisten öffnet, Aufträge abschließt, reduziert sich der Timer. Das ist Wiederauferstehung, kennen viele von euch, manche vielleicht noch nicht. Dicke Empfehlung, testet es aus. Da gibt es aber eine ganz wichtige Sache, die man dazu sagen muss. Wir haben das Ganze ausgetestet ohne VPN und mit VPN. Und das größte Problem, was ihr habt, ist nicht, dass ihr ohne VPN nicht in entspannte Lobbys kommt und nur mit VPN, sondern, dass ihr ohne VPN keine Chance habt, auf vernünftige Server gematcht zu werden, wo es nicht lag, wo ihr kein Paketverlust habt, kein gar nichts. Und ich habe mir wegen diesen Problematiken und weil es mich einfach, seitdem wir mit SBMM diese komischen Server bekommen, wenn ihr in höheren Brackets seid, habe ich mir vor einem Jahr NetDuma-Router extra von einem Zuschauer schicken lassen, den ich seitdem hier installiert habe. Und dieser NetDuma-Router sorgt dafür, dass ich einstellen kann, auf welches Server ich gematcht werde. Ihr könnt es live sehen. Dadurch habe ich keine kompletten Bot-Lobbys, aber ich komme auf Servern in Deutschland, meistens auf denen in Frankfurt, wo ich die bestmögliche Connection habe. Und über den NetDuma-Router kann ich auch sehen, wo mich das Activision-Matchmaking hinmatchen möchte. Und ich hatte schon Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, jedes europäische Land habe ich in dieser Suche schon drinne gehabt, was man an der Connection sofort merkt. Wenn ihr sowas nicht habt, denn der Duma-Router kostet ein bisschen Geld, habt ihr die Möglichkeit, es über SweatVPN zu machen. Hier habt ihr einen SweatDuma. Hier könnt ihr, solange ihr auf dem PC spielt, relativ easy das Ganze, einfach nur anklicken, in welchem Land eure Suche einfach nur sein soll. Und na klar, ihr könnt Nordamerika spielen, wenn ihr wollt, da ist der Ping etwas höher. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich will nicht, dass das Matchmaking mich irgendwo nach Südosteuropa schickt, klickt ihr einfach Deutschland an, aktiviert es und fertig. Ihr startet das Game über Bettenet und er sucht für euch ausschließlich nur noch Lobbys, die bei euch in Deutschland sind, die direkt vor Ort sind. Das ist nicht so ein Scam. Und SweatVPN habe ich jetzt seit, ich glaube mittlerweile drei Jahren an der Seite, weil ich sowas von leid war, mir diese Lobbys geben zu müssen, die so weit weg sind, dass es einfach gar keinen Fun macht. Und Researchance macht richtig viel Fun. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch ganz normal SweatVPN mit aktivieren. Da könnt ihr dem Game sagen, ihr seid nicht in Deutschland, sondern, keine Ahnung, Nigeria. Er connectet das einfach und fertig ist. Mega einfach. Ihr könnt da über den Link gerne einmal mit reinschauen. Ist unten in der Videobeschreibung. Dicke Empfehlung von mir dafür. Ist jetzt auch so halbwegs mit Werbung gewesen, aber ist ein ernst gemeinter Tipp. Es hat die gesamte Spielerfahrung für mich besser gemacht. Warum bockt Researchance so sehr? A, es ist Fast Pace. Fast Pace bedeutet, es ist viel Action auf einem kleinen Teil der Karte. Der Kreis schließt sich fix. Selbst wenn ihr einen Fehler macht und sterbt, habt ihr die Möglichkeit, schnell wieder zurückzukommen. Entweder durch eure Teammates oder selber. Und in dem Moment, wo ihr eine vernünftige Serververbindung habt und, hallo Hund, eine vernünftige Serververbindung habt und ein oder zwei vernünftige Teammates, könnt ihr unglaublich coole Plays machen. Ihr levelt schnell. Ihr levelt den Battle Pass nebenbei. Das ist eben für viele ja auch ein großer Punkt. Was übrigens sehr, sehr positiv an Activision mittlerweile ist, dass egal, ob wir Zombies spielen oder die Raid-Series, letztes Game, oder den Multiplayer, oder Zombies, oder Warzone, oder Resurgence, Egal, was ihr spielt, ihr levelt Battle Pass, ihr levelt euren Charakter, ihr levelt eure Waffen. Was macht Resurgence dieses Jahr noch viel besser als letztes Jahr? Der größte Unterschied ist eigentlich, ich finde, Wondell und Ashika Island als Karten sind absolut Dogshit. Verbinde ich auch extrem mit MB2, wo ich so Vietnam-Flashbacks bekomme. Der Hauptpunkt, warum es so geil ist, ist, dass ihr eben auf den kleinen Karten spielen könnt, die zur großen Uzikistan-Map gehört und die Karte an sich finde ich gut. Und wenn ihr das so im Gameplay im Hintergrund seht, es gibt verschiedene Orte, es gibt Orte mit wenig Häusern, mit viel Häusern, es gibt Fabrikgelände, es gibt Bahnhofgelände, ihr könnt euch via Stim schießen für schnelleres Movement. Und ich bin seit Jahren ein großer Fan davon, von einem COD, egal welches es auch sein mag, in dem wir die Möglichkeit bekommen, uns schnell zu bewegen. Sobald ihr die Chance habt, schnelles Movement in dem Game zu hitten, habt ihr immer, so ist es bei mir, das Gefühl, dass es einfach, wie soll ich das genau erklären? Viele von euch werden es bestimmt nachvollziehen können. Ihr kriegt jedes Mal das Gefühl, dass ihr einfach Herr der Lage seid. Wisst ihr, wenn ihr ein bisschen Skill habt, ein bisschen, es geht nicht darum, dass man sagt, man ist der beste Spieler der Welt, aber mit ein bisschen Skill könnt ihr Plays hitten und diese Plays sind dann geil. Und wenn die geil sind und funktionieren, gibt es immer so einen Endorphinschub, den man eigentlich haben will. So wie hier. Das heißt, solange man da wirklich Bock auf so eine Art hat und ich finde persönlich zum Beispiel, Battle Royale, Warzone normal, ist derzeit absolut verschwitzt. Das zum einen. Das andere, ich finde es relativ langsam und das ist einfach bei Battle Royales mittlerweile. Es ist relativ langsam, so in der Mitte der Zeit. Warzone ist absolut okay aktuell, also überhaupt gar kein Hate oder so, aber Resurgence ist einfach dieses Salz in der Suppe, was man einfach unbedingt gerne wieder hätte, seitdem Rebirth Island weg ist von damals. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen guten Wiederauferstehungsmodi haben und ich hoffe, dass Fortune's Keep und Rebirth Island relativ fix auch wieder dazukommen, aus dem einfachen Grund, dass es wirklich Fun macht. Also dicke Empfehlung von mir auf jeden Fall. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, bevor wir für heute Schluss machen. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch sich für diese schwachsinnige Diskussionskultur interessiert zwischen KuchenTV, Shuyoka, Skurros und jeder, der sich da irgendwie einmischt. Also jeder von diesen Personen ist maximal aufmerksamkeitsgeil. Einer ist durchgeknallter und degenerierter als ein anderer. Da ist so viel Shit aktuell. Genauso wie dieser Bullshit von ApoRed. Keine Ahnung, wer von euch sich dafür interessiert. Aber würdet, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir sowas ein bisschen mitbehandeln, schreibt das mal in die Kommentare. Ich hatte überlegt, ob ich das eventuell über den Zweitkanal mache, ShepiTV, der ist unten verlinkt. Weil da ist so viel Bullshit. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ich will mit diesen Schwachmaten überhaupt nichts zu tun haben. Lasst mal einen Kommentar da. Würde mir interessieren, wie ihr dazu steht. Ansonsten lasst ein Like da und ein Abo. Ich bin raus. Yes! Yes! Schon wieder nicht. Das ist auch eine Runde.